Willkommen zu der ersten Folge von Kurt kocht. Heute machen wir eine schöne Nudelfanne. Ich habe hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier schon mal Nudeln in der Pfanne reingegeben. Die fangen jetzt an zu braten. Ich habe ein bisschen zu lange gewartet. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So als erstes gucken wir an. Oh Maggi kann direkt mal rein. Das schmeckt ganz gut. So bisschen was rein da. Gleich nachher noch gut durchrühren. Also jetzt am besten. Mann ist der Scheiß mit einer Hand zu kochen. Dann nehmen wir uns noch nach Anfang Kornpflicks. Das soll ganz gut schmecken. So. Ja das sieht gut aus. So im Kühlschrank. Wir haben hier noch ein bisschen Speck. So ein bisschen rein da. So. Ketchup. Nicht vergessen. Den guten von Heinz natürlich. So. Das ergibt eine schöne Soße am Ende. Was haben wir noch? Ein bisschen Hamburger Soße. Das kann man zu allem machen. So. Ja die ist ein bisschen dicker als der Ketchup. Und ja das wird nachher so was richtig leckeres. Dann nehmen wir noch ein bisschen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Tzatziki. Um das noch ein bisschen sauciger zu machen. Ich rühre mal ein bisschen durch hier. Obwohl es kann man auch am Ende durchrühren. Es tut mir leid dass man immer so wenig sieht. Da ist es ein bisschen doof. Mit einer Hand. Alles reinzupacken. Und alles reinzupacken. Und mit der anderen aufzunehmen. Ich hätte mich da ein bisschen besser vorbereiten sollen. So. Dann hauen wir mal ein bisschen Tzatziki rein. Das sieht doch gut aus. Mach rein damit. So. Und. Dann haben wir noch ein bisschen Käse. Den mache ich da auch noch rein. Ähm. Ich stelle mal mein Handy hier so hin. Ich hoffe das klappt. Verdammt. Ähm. Ja. Wie man sieht das sieht hier ganz gut aus. Ich denke ich werde das hinterher noch ein bisschen verfeinern müssen. Diese schöne Lulepfanne. Kann mich jetzt in der Pfanne so schlecht durchrühren. Aber die andere Seite muss ja auch noch gebraten werden. Ähm. Ein bisschen Hitzel noch. So. Ich glaube ich kann. Ähm. Ähm. Ich habe das noch gar nicht gesalzen. Moment. So. So. Oh. Was ist denn das? Nuss Nougat Creme. Fehlt ja noch komplettes. Wie mache ich das? Ähm. Gar nicht. Erstmal. Mal eben den Käse ausbacken. Ähm. Rein damit. Rein damit. Wir nehmen die Küche und das noch auf. Da kann man noch ein bisschen Curryketchup reinpacken. Das ergibt eine gute Soße und noch ein Schuss Milch. So. Das sieht doch gut aus. Jetzt wird das nochmal in der Milch so ein bisschen aufgekocht. Das wird ein richtig, richtig leckerer Schmaus. Das wird ein richtig, richtig leckerer Schmaus. Hmmmm. 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 Ach, da fehlt noch was. Kann ich ja mal zeigen was ich noch rein machen will. Bisschen Würfelzucker. Bisschen Würfelzucker. Bisschen Würfelzucker. Bisschen Würfelzucker. Bisschen Würfelzucker. So. Ähm. Ich denke mal es ist jetzt fertig. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Ich serviere das jetzt und dann gucke ich mal wie ich mich selber beim Essen aufnehmen kann. Weil, ja. Das ist ja wichtig. Bis gleich. Ja. Ja. So. Da sind wir wieder. Das Essen ist jetzt fertig. Ich habe da jetzt nichts weiter dran gemacht. Ähm. Ich habe das jetzt direkt aus der Pfanne in den Teller gepackt. Und ich würde mal sagen, ich fange da mal an. Ich haue da mal ordentlich rein, ne. Und wenn du dich einfach Dissi hörst. Bisschen Würfelzucker. Halt die Klappe. Stört nicht meine Aufnahme. So. Nehmen wir hier mal einen ordentlichen Batzen. Geil. Hier ist alles drauf, was ich reingepackt habe. Oder sollte alles drauf sein? Deswegen habe ich das schon vorher gesagt. Und jetzt Überlage der Verbreitung und greift für Gamern. So. Hat er eh nicht. Der hat jedes Utopia außer dem normalen Einmal drin. Immer extra. Das ist so. Deswegen hat er nur 12 extra Deckkarten. Das schmeckt ja gut. Ist das ein Scrap? Ist das ein Scrap? Ist das ein Scrap? Wieso greift der Katastrophe ein? Wieso greift der Katastrophe ein? Wieso greift der Katastrophe ein? Ich muss sagen. Das ist richtig gut schmeckt, was ich hier erschaffen habe. Ich lasse. Denn er möchte das. Rezept lasse ich auch in der Videobeschreibung drinne. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, müsst ihr wenigstens 20 mal liken. Dann zeige ich euch meine nächste Kreation. Aber nur wenn ihr es wollt. So. 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 Ich hab mich nur verschluckt, das war grad scheiße! Ähm... Geträgt! Das Essen an sich... Du gemacht hast, war sehr lecker! Ich brauch' einen Kotzeimer! Ähm... Entschuldigung! Ich nehm' meinen nächsten Happen! Ich hab' ja nicht immer etwas, was noch hilft! Ähm... Ich hab' den Essen, was du grad gemacht hast, gegessen! Loh! Und der nächste Happen? Der nächste Happen! Ja, Loh sagt dir wieder einen Scheiß-Tompier! Ähm, greife Tompier an, greife Tompier an! Du bist ein Idiot! Scheiße! Ja, ich hab' zu spät mal gesagt und ich weiß, defekte ich doch keine Sau! Oh! Ich hab' viermal gesagt! Das ist viel! Warte! Ähm... So, dann hauen wir mal weiter rein! Das... Das muss alles, alle werden! Aber nicht in diesem Video! Das schaff' ich nicht! Das muss noch für morgen und übermorgen reichen! Das wird noch kommen! Das wird noch kommen! Wenn sie voll stört werden! Wenn sie voll stört werden! Weil... Nein, sie werden am Ende der Spielzugasse was ich zu spüren! Wenn er schlecht ist, wird er sich aber angreifen! Ähm... Ja, das war's dann erstmal mit dem Video! Ich werd' jetzt noch fein aufessen! Aber natürlich... Aber... Aber ich bin grad' ein bisschen gesättigt geworden! Ähm, ich ess' das später weiter! Und deshalb nehm' ich jetzt nicht mehr auf! Ich hoffe... Ich seh' euch beim nächsten Mal in meinem nächsten Video! Tschüss! Bis dann! See you then! ... random kids ... ... ... mots